Wenn der Redakteur den Hot-Button auslöst, wird per Zufall ein Anrufer oder ein Webteilnehmer durch einen technischen Auswahlmechanismus ausgesucht, vom Veranstalter telefonisch zurückgerufen und, falls der Teilnehmer erreichbar ist, live in das Studio weitergeleitet. Anrufer und Webteilnehmer haben stets die gleiche Chance, ausgesucht, zurückgerufen und ins Studio weitergeleitet zu werden. Ist der Teilnehmer nicht erreichbar, wird der Hot-Button erneut ausgelöst und ein anderer Telefon- oder Webteilnehmer ausgesucht. Aufgrund des zufälligen Auswahlmechanismus wird nicht jeder Anrufer und oder Webteilnehmer ins Studio weitergeleitet. Gratis in unsere Sendung kommen Sie auf folgenden einfachen Schritten. Erstens, klicken Sie auf calltv.com slash 4 plus, lesen Sie die Mitmachregeln durch, klicken Sie auf den Link zu unserer Sendung, füllen Sie das Formular aus, klicken Sie auf OK und wenn Sie ausgewählt werden sollten, werden Sie zurückgerufen. Hallihallo! Da springt der Fortner aus der Kiste. Es ist mal wieder soweit. Zwei Stunden Quiz pur. Ich habe übelst Husten. Es geht gleich richtig gut los heute. Ja, ich habe irgendwie ein Kratzen im Hals. Aber davon lassen Sie sich bitte nicht beirren. Ja, mein Name ist heute Programm. Mein Nachname wird geschrieben wie das englische Wort für Liebe, nämlich Love. Ja, Love is in the air. Love is hier auch in the picture quasi. Ganz genau so sieht es aus. Bei uns regiert heute die Liebe. Ich möchte wissen, wie viel Liebe ist denn hier tatsächlich? Nicht in the air, sondern auf diesem Bild. Zählen Sie alle Herzen in unserem Suchbild hier zu meiner Rechten zusammen. Hier ist die Monika. Hallo Monika. Du hast eine sehr sympathische Stimme. Ich hoffe, du gewinnst ein bisschen Geld. Ja, ich hoffe es auch. Das glaube ich dir. Du sag mal, wie viele Herzen hast du denn gezählt in unserem Suchbild? Also ich bin auf 35 gekommen. Auf 35. Das ist leider auch nicht richtig. Ich war 35. Ich sag mal so, wenn ich mir mal die Herzen so anschaue und auch über den nächsten Anrufer genauso freuen kann. 800 Schweizer Franken. Ich hoffe, sie sind schon direkt zu dir durch ins Wohnzimmer geflattert. Mit der Sonne im Herzen. Geil. Ich freue mich wirklich für dich. Und ja, dann spielen wir das nächste Spiel.